Willkommen zum nächsten Video. In dem Video geht es jetzt um Angelstadt, die so gesehen die Neugeburt. Man soll Angelstadt wieder aufbauen und soll ihm, also wenn man ganz von vorne anfängt, ist hier alles voller Monster. Um das Video wieder kürzer zu halten, ist hier einfach alles voller Monster. Da ist ein Schiff von denen noch, die sind auf dem Schiff, die sind auf dem ganzen Strand und der letzte. Der ist in diesem Brunnen. Der letzte ist in dem Brunnen. Da habe ich ein bisschen gebraucht, den zu suchen. Man muss einfach alle, die ganze Monsterherde muss man besiegen. Dann kommen die Dorfbewohner wieder raus. Und dann sagt der eine, er braucht halt Holz und Reis, was er haben will, um alles wieder aufzubauen. Den Reis, den kann man hier kaufen. Also hier. So, in dem Laden. In dem Laden kann man den Reis kaufen. Man käuft ihn, wartet irgendwie, ich weiß nicht wie lange, so Stunde. Ähm. Und dann kann man ihn halt erneut kaufen. Man braucht 20 Stück. Und er will halt das Holz nicht von den Palmen haben, sondern richtiges Holz. Und zwar kein kleingehacktes, sondern ganze Stämme. Da dachte ich mir am Anfang noch, das ist ein Scherz. Weil jeden einzelnen Stamm darunter zu schleppen, ist halt sehr mühsam. Aber dann ist mir aufge... also eingefallen. Man fällt die und klebt die einfach zusammen. Ach, jetzt fällt der ewig. Ach, komm schon. Ich hab halt keine Axt. Mach dich jetzt einfach so platt. Oh, fertig. Oh, diese Stämme will er haben. Und der einfachste Weg ist... Noch einer da? Ja, natürlich. War der einfachste, man fällt die alle. Und klebt die dann so zusammen. Ja, ein bisschen schöner. So. Muss ich nur gucken. Ich habe... Damit kann ich die nicht fällen. Kann ich die mit dem fällen? Nö. Jetzt. Wenn man die alle fällt. Ich glaube, er will 15. Und dann kann man das viel schneller transportieren. Also... Könnte man halt immer so weitermachen. Bis man dann... Ich weiß nicht. Ich habe es immer noch nicht ausprobiert, wo dann das Maximum ist. Es muss ja irgendein Limit muss es ja geben. Und der steht dann da auch am Strand und man legt es einfach nur neben ihm ab und spricht ihn dann an. Ich weiß gar nicht, wie viel mir noch fehlen. Ich weiß gar nicht, wie viel mir noch fehlen. Dann... Und dann... Drei Stämme fehlen noch. Die hole ich jetzt noch schnell. Es müssen halt die von hier oben sein. Okay. Jetzt hat er die letzten drei. Okay. Und dann bin ich gespannt. Also beim ersten, also bei dem Vorgänger hat man ja dann sein eigenes Haus bekommen. Ob das hier wieder so ist. Okay. Okay. Der will bestimmt noch mehr Sachen. Okay. 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 Erstmal die Trümmer. Von oben rausholen. Okay. Ich kletter einfach mal hoch, würde ich sagen. Ja, das war's. Noch mehr? Äh? Sogar nichts mehr gesehen. Ja, weil ich kriege es ja nicht. Sogar nichts mehr gesehen. Weil's ja zu tief ist. Oh, doch. Dass ich das so machen muss? Ja. Schieb ich. Äh, da muss ich nochmal rausgehen. Und jetzt natürlich den hier noch. Ah, okay. Geht schon von alleine. Ja. 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 Da kann ich jetzt das nächste Gebäude nehmen. Nehmen wir das Geschäft. Ist ja egal welches, mit was man anfängt. Oh. 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 Okay. Also ich nehme. Sagen den hier. Der sieht doch so einigermaßen gerade aus. Obwohl der da ist auch gut. Ich mach das mal. Ich würde sagen so. Er ist zu weit. Aber man sieht es halt auch so schlecht. Ja, warum. Mann. 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 der rutscht komplett raus ich probier den ja 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 warum jetzt auch was ein gefriemel das blöde ding der weine drinnen hat dann auf zum nächsten gebäude da jetzt nicht noch mal dasselbe jetzt noch mal so ein baumstamm da rein reinkriegen muss ja danke auch achso dann kriege ich den da nicht rein weil ja hab ich denn ach komm dann einfach so ein schwackelt das ding einfach ab ach es regnet weil es regnet brennt das ding nicht ab ach dann doch so geht jetzt am schnellsten ja dann genau dasselbe wieder da diesmal ging es schneller diesmal ging es schneller jetzt fängt er wieder an ja 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 ich glaube viele gebäude bleiben ja nicht mehr was bleibt noch ja erklär mir das mal wenn wir vor ort sind ist ja auch so weit weg nicht schon wieder ach der soll dann in dem pflanzentopf sein wie sieht's mit dem aus ich schläge mir den hier oben drauf so dann versuche ich da mal hoch zu kommen ohne abzurutschen ach komm schon jetzt ach man ja endlich und der dürfte ja relativ einfach sein oder auch nicht ich stelle mich hier drauf jawohl 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 ja ja dann hört sich an als würde das ding kaputt hauen das ganze haus hört sich an als würde das ding kaputt hauen Oh Nächstes Das letzte glaube ich Ich glaube das ist das letzte Ja ich sehe es schon genau dasselbe Wieder in den Stamm rein Ja ja Wie sieht es mit dem aus? Der sieht gut aus Ja wenn man da Übung drin hat Wenn man das jetzt ein paar mal gemacht hat Dann geht es echt einfach Ja 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 bloß da schlafen. Das Truhen-Spiel, das gab's doch. Ich weiß gar nicht mal, bei welchem das das auch noch gab. Ich weiß gar nicht mal, dass ich aus dem Ich muss mich abschneiden, dass ich aus dem Kopfhörblich bin. Ich muss mich nicht mehr Das habe ich nicht glaub, dass ich den Kopfhörblich bin, wird das bis zum Kopfhörblich bin. Die große Ge MA-Kne 감zen ist vielleicht den Kopfhörblich bin. Ich habe den Kopfhörblich bin oder einen Kopfhörblich bin. Das war der Kopfhörblich. also man kann jetzt hier kostenlos schlafen und alles das trunenspiel ich brauche nicht mal was zu bezahlen ja 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 der behält den robin also nach einer kleinen weile kann man einfach wieder spielen ich habe das jetzt gewonnen ok das war es dann mit dem video bis zum nächsten mal ja ja ja